Der Kollege Janicek hat die dritte Frage. Herr Minister Gabriel, wir haben ja das Grundproblem einfach, dass sehr große amerikanische Plattformen, können auch chinesische, indische in der Zukunft sein, ihre Regeln diktieren und wir unsere eigenen Regeln zum Teil nicht durchsetzen, insbesondere was den Wettbewerb angeht. Aber eben auch im Kontext Beispielentscheidungen, jetzt der Hamburger Datenschutzbeauftragte ist ja jetzt nicht direkt in ihrem Metier, hat entschieden, dass WhatsApp die Daten nicht weitergeben darf an Facebook. Aber eine Marktmacht entsteht natürlich durch Weitergabe von Daten. Also wie wir hatten Sie dieses Urteil? Und zum Zweiten die Portabilität von Daten, also dass Sie Daten nicht mitnehmen können, wenn Sie irgendwo sind, bei Facebook, woanders. Dass das jetzt in der Datenschutzgrundverordnung mit eingeführt wird, würden Sie sagen, das ist auch was Gutes für den Wettbewerb, für den Markt, dass wir darauf achten, dass das möglich ist? Also erstens geht es ja gerade darum, dass alle Unternehmen, bei denen Sie jetzt allgemeine Geschäftsbedingungen unterschreiben und mit denen dann an solcher Datennutzung möglich wird, dass genau um diese Unternehmen es uns geht, dass wir sozusagen Zugriff bekommen, die wir bislang nicht hatten. Zweitens, wir haben natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung und übrigens auch dem EuGH-Urteil zum Marktortprinzip eine rechtliche Klarstellung, dass in Europa jedes Unternehmen, das hier tätig ist, die in Europa geltenden auch Datenschutzregeln einhalten muss. Und drittens, ich erwarte mir, ich erwarte nicht, dass das hier die letzte GWB-Novelle ist, was die Frage angeht. Deswegen habe ich gesagt, wir beginnen uns damit auseinanderzusetzen, weil zum Beispiel das Kartellamtsverfahren gegen Facebook, das es aktuell gibt, wegen des Themas Datennutzung, aber auch das Kartellamtsverfahren der Wettbewerbskommissarin Frau Westhager in Brüssel gegen Google, ich glaube auch noch gegen Amazon, aber jedenfalls gegen Google in jedem Fall, wird uns auch Hinweise bringen, ob wir in ihrer Richtung sozusagen weiterarbeiten müssen. Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Frage sein oder das letzte Instrument sein, aber da bin ich jetzt gespannt auch auf das, was aus der Kommission kommt. Ich bin, sagen wir mal, nach den letzten Entscheidungen von Frau Westhager jedenfalls außerordentlich optimistisch, dass die Kommission hier eine klare Position zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher einnimmt. Frau Dröge.